Einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Trading-Gemeinden, liebe Anlegerinnen und Anleger, liebe Traderinnen, liebe Trader, herzlich willkommen zu Chart-Analyse und Trading. Mein Name ist Stefan Salomon, Chart-Analyst und Buchautor. Wir wollen uns die Märkte anschauen, allerdings heute in den USA Feiertag. Das heißt, wir könnten eventuell auch so eine kleine Abwartenhaltung sehen. Auch in dieser Woche wichtig, NVIDIA-Zahlen kommen am Mittwoch und Notenbank-Protokoll. Ansonsten sehr schön gelaufen eigentlich der Nikkei, aber auch der australische Index wird wieder nochmal interessant. Wir haben auch entsprechende Bewegungen, auch sehr interessante Chart-Formationen, zum Beispiel im neuseeländischen Dollar, aber auch der australische Dollar. Und wir schauen uns auch den Euro zum Schweizer Franken, natürlich auch den Goldpreis, Öl und so weiter, den Bitcoin an. Der Bitcoin, da werden die Rücksetzer weiterhin aufgefangen, also da keine große Überraschung. Aber wie immer zuvor, handeln Sie verantwortungsvoll. Risikohinweis bitte ich zu beachten, das Bestandteil des Videokanals von XTB, der einzelnen Videos, Webinare und natürlich Offenlegung. Das heißt, der einfache Teil, da bin ich überall investiert. Ansonsten, XTB als Broker sehr kundenorientiert mit diversen Preisen im letzten Jahr, aber auch glaube ich im vorletzten Jahr etc. gewonnen. Und natürlich Kundenorientierung hier, Verzinsung wird angeboten, Leitindex, sehr schön auch mit den kleinen Kontrakten handelbar, zum Üben etc. Interessante Trading-App und natürlich, Sie können auf einem Konto doch einiges veranstalten. Und wenn Fragen da sind, einfach mal den Kundendienst anrufen und natürlich auch den YouTube-Kanal von XTB bitte abonnieren. So, meine Damen und Herren. Dann die Technik scheint zu funktionieren. Wunderbar. Wir blicken auf die Märkte und dann schauen wir als allererstes wie immer auf die langfristige Geschichte. Und die langfristige Geschichte, die DAX-Monatskerzen nochmal. Warum nehmen wir die eigentlich? Vor allem der Anfänger sollte immer mit dem übergeordneten Trend arbeiten. Das liegt ganz einfach daran, dass Anfänger auch so ein bisschen impulsiv handeln, die Trades vielleicht mal nicht so gut planen oder gar nicht planen und dann rauf und runter handeln, ob long, ob short, das Geld ist fort. Deswegen ist es sinnvoll, immer mit dem übergeordneten Trend zu handeln, weil der Anfänger versucht dann auch mal Verluste auszusetzen. Und das funktioniert natürlich im Trend besser, als wenn Sie gegen den Trend arbeiten. Und im Trend verdient man Geld, also auch mit dem berühmten Sitzfleisch verdient man Geld. Und insofern auch, wenn Sie kleinere Positionen handeln, versuchen Sie eher mit dem Trend zu arbeiten. Und der Trend, das sehen wir hier, ist noch aufwärtsgerichtet. Wir haben natürlich eine gewisse Abschwächung in der Aufwärtsdynamik, zum Beispiel auch im letzten Monat. Jetzt im Februar kommt er auch nicht so richtig in die Hüfte, aber wir haben natürlich Berichtssaison. Wir haben einige Unwägbarkeiten hinsichtlich Zins- und Inflationsentwicklung. Und demzufolge fehlt so ein bisschen der Schubs nach oben. Aber grundsätzlich, die Devise lautet nach wie vor, die Kaufsignale sind zu favorisieren. Wir haben die Chance, weiter nach oben zu laufen. Und demzufolge kann man also eher versuchen, mit dem Trend zu gehen. Wir sehen in den Wochenkerzen allerdings hier im Future nach wie vor eine gewisse Form der Verunsicherung. Aber was heißt eigentlich Rücksätze auffangen? Das heißt, man sucht sich gerade die übergeordneten Unterstützungen, wie hier im Bereich 16.870, 16.900 Punkten im DAX Future. Da hatten wir die mittleren Bereich einer längeren weißen Wochenkerze als Unterstützung. Und die ist auch wieder aufgefangen worden, wieder gefangen worden. Und nach oben scheinbar allerdings ein bisschen gedeckelt. Und die letzten drei Wochenkerzen zeigen da auch eine gewisse Verunsicherung im Markt. Und ja, wenn diese Unsicherheit jetzt nach oben oder unten aufgelöst wird, bekommen wir da ein Richtungssignal. Nach unten natürlich, wenn wir hier unter die 16.850 in etwa zurückkommen würden, wäre das schon negativ. Auch von den Tageskerzen zum Beispiel. Und der Ausbruch nach oben wäre letztendlich eine Bestätigung der bisherigen Einschätzung. Und wir sehen allerdings auch in den Tageskerzen, dass wir am Freitag mal einen Shootingstar bekommen haben. Das heißt, ein potenzielles Trendwende-Muster. Und wir können jetzt hier vom Future auch sagen, okay, wenn dieser Shootingstar bestätigt wird mit einer nachfolgenden schwarzen Kerze und wir vor allem hier unter die Runde 17.000 wieder zurückkommen würden, dann hätten wir in dem Falle eine Bullenfalle mit, oder eine Bullenfalle, einen technischen Fehlausbruch mit Ausbruch hier aus dieser Range nach oben. Und man müsste dann zumindest mal mit kurzfristigen Rücksetzern rechnen. Aber im Moment ist es noch so, ja, der Shootingstar ist halt vorhanden. Da werden Gewinne vom Wochenende mitgenommen. Dann haben wir an der Nasdaq Supermicro-Computer-Aktie ist ja um 20% gefallen. Also okay, Gewinnmitnahmen war ein Signal, aber das ist für sich genommen noch kein Verkaufssignal. Was wir hier auch sehen, jetzt in den 4-Stunden-Kerzen von Future, dass eine Unterstützung wieder aufgefangen wird aktuell, nur eben heute US-Börsenfeiertag, ob wir hier wieder in Richtung 17.200 laufen, sei mal noch dahingestellt. Wir schauen uns aber die Kasse an, also um das mal nochmal hier zusammenzufassen. Also getreu dem Motto Unterstützung kaufen, so wie hier zum Beispiel Widerstände verkaufen, kann man das aber noch etwas verfeinern, dass man sagt, ich kaufe im übergeordneten Aufwärtstrend vor allem die aussagekräftigen, die wichtigen Unterstützungen oder achte eben an den Unterstützungen auf Kaufsignalen. Da wollen wir uns jetzt auch mal die Kasse anschauen. Also das war der Future und das ist jetzt hier die Kasse, auch in den Wochenkerzen nochmal. Auch hier eine Form der Verunsicherung. Insofern könnte es durchaus sein, dass wir jetzt im Wochenanfang so ein bisschen hin und her pendeln. Wir haben eben heute US-Feiertag. Am Mittwoch kommt dann noch das Notenbankenprotokoll und am Mittwoch kommen die mit Spannung erwarteten Zahlen von NVIDIA. Da sind die Erwartungen allerdings auch sehr, sehr hoch. Schauen wir mal, was dann passiert. Also insofern könnten wir zum Anfang der Woche jetzt hier so eine kleine Pendelbewegung sehen. In den Tageskerzen sehen wir auch hier in der Kasse eine kleine Kerze mit langem Dock, damit sich das weiter auffällt, sich fortsetzt. Diese Ausbruchsbewegung müssten wir eben über die 17.200, 220 weiter nach oben ansteigen. Aber wir haben schon hier Unterstützung im Bereich 17.050 in den Tageskerzen. Sowohl mittlerer Bereich der letzten grünen Kerze, aber hier auch ein Hoch. Ja, ich würde das jetzt noch nicht überinterpretieren. Wir sehen hier nochmal in den Stundenkerzen, dass wir auch hier an einer Unterstützung, also hier die letzten Lunden, enden. Aber hier hatten wir auch schon kleinen Widerstand. Aus Widerstand wird Unterstützung. Also da wird gerade so ein bisschen, werden die Hände aufgehalten. Und auf der anderen Seite haben wir dann hier schon Widerstand in diesem Bereich. Das heißt also für den heutigen Handelstag dürften wir hier so um die 17.120, 17.130 schon den ersten Widerstand haben. Hier haben wir Unterstützung. Das heißt hier so eine kleine Pendelbewegung. Hier an der Unterstützung könnte man auf Kaufsignale achten. Hier in dem Bereich kann man dann auch Gewinne mal mitnehmen oder Teilgewinne auf alle Fälle mal mitnehmen, sollten wir hier über den Supertrendindikator wieder ansteigen. Über die 17.150 wäre das natürlich wieder positiv. Und wieder erwarten, negativ wäre es vor allem, wenn wir eben hier so unter 17.50 und wieder erwarten unter die Runde 17.000 laufen. Was sehr schön eigentlich funktioniert hat bei dieser Abwärtstrendkanal. Wir hatten hier eben diese kleine Bärenfalle mit Test der wichtigen Unterstützung, sind in den Trend wieder zurückgekehrt, die Schwankungsbreite des Trendkanals hier nach oben abgetragen, nach einem Pullback auch wunderbar, ist erreicht worden. Und dann kann man natürlich auch mal an so einem Kurs hier auch mal Teilgewinne mitnehmen. Und hinterher wissen wir natürlich alle, dass hier ein Pullback gekommen ist. Aber diese lange grüne Kerze war schon mal ein Kaufsignal. Das heißt also, da könnte man dann hier in dem Bereich eine erste Position nehmen, Stoppkurs unter dem Tief dieser grünen Kerze. Dann wird der mittlere Bereich, die als Unterstützung hier der grünen Kerze getestet, wir sehen einen Test, ein Pullback an die zuvor verlassene Abwärtstrendlinie. Also hier nochmal ein Kaufsignal, nochmal ein Kaufsignal, nochmal ein Kaufsignal. Und dann am Kursziel halt mal Teilgewinne mitnehmen. Jetzt vom sehr, sehr kurzfristigen Bild könnte man noch Folgendes veranstalten, dass man sagt, okay, also ich habe jetzt hier zum Beispiel so in den Fünf-Minuten-Kerzen zum Beispiel könnte man jetzt hier sagen, also ich habe jetzt hier zum Beispiel auch ein Dreieck, vielleicht nicht ganz so aussagekräftig, weil wir da schon in die Spitze hineingelaufen sind, aber sollten wir jetzt hier über die jüngsten dort Spitzen ansteigen, hätten wir zumindest mal intraday eine kleine Erholungschance, aber wie schon erwähnt, also aufgrund der mangelnden Impulse würde ich eher sagen, dass man dann auch mal hier nach 40, 50, 60 Punkten auch mal Teilgewinne auf alle Fälle mitnehmen darf. Soweit zum Deutschen Aktienindex, dann kommen wir, übrigens schönen Dank für eure guten Morgenwünsche und wenn Fragen da sind, einfach entweder in den Chat vom Clickmeeting reinschreiben, also Sie können sich auch direkt über die XTB-Website für das Webinar über Clickmeeting anmelden oder halt im YouTube-Kanal sich anmelden und dann kommen wir mal zu den anderen Indizes und da sehen wir auch im Dow Jones eine gewisse Form der Verunsicherung, aber wir blicken als allererstes noch wie immer auf den Eurostock 50. Der Eurostock 50 im Aufwärtstrend letztendlich wären, also solange wir hier keine dynamische lange rote Kerze bekommen, auch unter 4,7 und dann nachfolgend 4,670 sind Rücksetzer hier mehr oder weniger weiterhin aufgefangen. Wir haben den Australischen Index und den Nikkei, der Nikkei von den Monatskerzen, also auch weiter aufwärts. So meine Damen und Herren, wir machen weiter im Text. Also der Dow Jones, wir sehen hier im Wochenchart, dass wir zwei kleine Wochenkerzen haben. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen, ja, eine Phase der Verunsicherung. Und wenn diese Phase der Verunsicherung nach oben oder unten verlassen wird, bekommen wir da im Prinzip ein Richtungssignal. Das heißt also, wenn wir hier nach oben ausbrechen, dann wäre das positiv. Das heißt also, wenn wir hier eine Chance hätten, nach oben auszubrechen, über die 39.000, ein paar zerquetschte, dann wären diese zwei letzten Wochenkerzen eine Trendfortsetzungsformation. Und sollten wir hingegen eben aus der Verunsicherung nach unten fallen, also letztendlich hier auch so etwa unter 37.900 zurückfallen, da kann man noch ein bisschen Raum, ein bisschen Spielraum geben, dann wäre das negativ. Dann würden wir also hier eventuell einen Tower Top bekommen, ein Trendwende-Muster. Das ist aber noch nicht da. Insofern kann man sagen, von den Tageskerzen abwartender Haltung, okay. Aber der Aufwärtstrand ist noch intakt und ein Ausbruch nach oben wäre grundsätzlich positiv. Auch hier an den Stundenkerzen diese Range mit Widerstand, hier eine kleine Unterstützung. Letztendlich sollten wir also dann im weiteren Verlauf der Woche hier nach oben durchstarten, wäre das wieder grundsätzlich natürlich positiv. Wir kommen noch zu den anderen US-NDCs. Wir sehen hier den S&P 500 und den Nasdaq 100. Und hier haben wir also ebenfalls doch kurzfristige Bremsspuren. Wir sehen aber auch hier an den Monatskerzen vom Nasdaq 100, dass wir also noch eine Chance haben, weiter umzulaufen an die obere Begrenzung dieses Aufwärtstrandkanals. Auch hier ist natürlich so, dass wir am Freitag mal deutliche Gewinnmitnahmen gesehen haben. Wir haben auch hier schon mal zwei rote Kerzen. Also die Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen steigt an. Das ist auch kein Wunder bei dieser sehr, sehr starken Aufwärtsbewegung, die wir hatten in den letzten Tagen, in den letzten Wochen, auch in den einzelnen Aktien teilweise, die sich ja teilweise verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht haben etc. Sollten die hohen Erwartungen zum Beispiel bei NVIDIA enttäuscht werden, dann bestünde natürlich hier auch mal ein gewisses Abwärtspotenzial. Aber im Moment darf man hier erstmal von einer abwartenden Haltung ausgehen. Und auch in den Stundenkerzen, okay, also sollten wir jetzt hier zum Beispiel eine Unterstützung knacken oder auch diese Unterstützung, dann wären hier natürlich, wäre es, wären hier mal mit, wären mit Gewinnmitnahmen zu rechnen. Wir können jetzt hier auch keine größere Formation konstruieren. Das wäre ein bisschen zu weit hergeholt. Letztendlich hätten wir also hier die Chance, wenn wir nach oben durchstarten, dass sich das Ganze hier als Pause durchsetzt. Und natürlich sollten wir hier die Unterstützung nach unten fallen, dann müsste man mal mit Gewinnmitnahmen rechnen. Der grundsätzliche, der langfristige Aufwärtstrend ist da aber durchaus intakt. Soweit zu den Indizes. Dann kommen wir noch zum Devisenmarkt. Wir haben den Dollarindex, der hier eine lange Gründekerze bekommen hat, mit einem Ausbruchsversuch nach oben. Das könnte man durchaus noch als Pullback betrachten, so als überschießenden Pullback nach unten. Aber dafür sollten wir also nicht mehr deutlich zurückkommen. Also gerade, wenn hier diese Unterstützung natürlich getestet wird, dann ist das kein Pullback mehr gewesen, sondern eine Bullenfalle. Der Trend ist noch intakt, aber auch hier im Moment natürlich heute keine Impulse. Wir sehen also hier wahrscheinlich erstmal eine kleine Seitwärtsbewegung. Der Dollar tritt so ein bisschen auf der Stelle, sucht seine Richtung. Insofern wird natürlich am Mittwoch das US-Notenbank-Protokoll wichtig. Was wir auch sehen, ist, dass der Euro zum US-Dollar hier dieses Abwärtspotenzial nach Ausbau aus einem Aufwärtstrendkanal nach unten abgearbeitet hat. War nicht ganz so einfach zu handeln, aber getreu dem Motto, achte an den Widerstand auf Verkaufssignale, war das durchaus möglich. Jetzt sehen wir hier eine Unterstützungszone, auch in Verbindung mit der Rückkehrlinie, die jetzt mehr oder weniger hier gekauft wurde. Das können wir aber hier dann nochmal ein bisschen anpassen, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt hier eine etwas breitere Unterstützungszone und sollte diese hier nach oben verlassen werden, diese Range mit einem Ausbruch hier auch über die 1,08, dann hätten wir da durchaus Erholungspotenzial. Im Moment ist das nur eine Konsolidierung im Abwärtstrend. Sollte also der US-Dollar wieder zugewinnen, auch der Dollarindex, dann hätten wir hier eigentlich eine schöne Konsolidierung und dann ein Abprall an der Abwärtstrendlinie würde letztendlich dieses Szenario hier möglich machen. Darauf wäre also eher zu achten, und bei den anderen Devisenpaaren ist es hier nochmal ganz interessant. Wir haben hier im neuseeländischen Dollar nach wie vor ein Dreieck, das hatte ich ja schon letzte Woche skizziert, suche als Trader immer nach Dreiecken. Das sind die H4-Kerzen insofern vielleicht nicht ganz aussagkräftig, wie wenn es Tages- oder Wochenkerzen sind, aber jetzt eine längere weiße Kerze nach oben wäre grundsätzlich positiv, weil wir dann auch die Schwankungsbreite des Dreiecks hier nach oben abtragen können. Und auch der australische Index zeigt sich jetzt hier aktuell mit einem ja mit einem kleinen Fehlausbruch nach unten. Jetzt haben wir die Abwärtstrendlinie, den Abwärtstrendkanal nach oben geknackt. Und jetzt kommt es darauf an, dass wir hier diesen Widerstand nach oben knacken. Das dürfte wahrscheinlich auch erst mit Bekanntgabe US-Notenbank-Protokoll passieren, dass wir da nochmal einen Schubs bekommen. Wenn wir jetzt hier den Kalender uns anschauen, dann sehen wir allerdings auch, dass eben von der australischen Notenbank da nochmal Impulse kommen. Also heute passiert da wahrscheinlich nicht so wahnsinnig viel. Trotz alledem, neue Tops wären da durchaus interessant. Und Euro zum Schweizer Franken, hatte ich mir noch aufgeschrieben, ist auch nochmal ganz interessant, weil hier ein Abwärtstrendkanal dynamisch mit einer langen grünen Kerze nach oben verlassen wurde. Und demzufolge wir die Chance haben, dass sich das eigentlich weiter nach oben entwickelt. Auch ein entsprechend der Schwankungsbreite des verlassenen Abwärtstrendkanals. Jetzt könnte man natürlich einwenden, ja Moment mal, aber wir haben den ja schon mal verlassen. Also, dass man hier zum Beispiel jetzt nochmal einen zweiten Trend anlegt, wäre auch vollkommen richtig. Jetzt könnte man hier noch die Rückkehrlinie dazu sozusagen nach unten projizieren. Trotz alledem hätten wir dann hier eine Bärenfalle, nochmal eine Bestätigung und wir hätten grundsätzlich die Chance, dass wir dann zumindest an diese Abwärtstrendlinie beziehungsweise hier an den Widerstand laufen. Also, lange grüne Kerze bricht, Trend ist grundsätzlich erstmal positiv. Hier wäre also durchaus mal auf dem Kaufsignal zu achten. Zumal auch der US-Dollar zum Schweizer Franken hier ja doch positiv im Moment ist. Hier haben wir natürlich jetzt einen Widerstand erreicht. Wir haben auch die Schwankungsbreite hier dieses Trendkanals nach oben mehr oder weniger abgearbeitet, aber die lange grüne Kerze, die stützt dann noch. Und wenn wir uns dann noch die anderen Devisenpaare anschauen, dann sehen wir hier zum Beispiel den Euro zum neuseeländischen Dollar auch mit einem Dreieck. Das ist nochmal ganz interessant. Rein von der Geschichte her, wenn also der neuseeländische Dollar zugewinnen sollte und der Euro hier gegenüber dem neuseeländischen Dollar aus dem Dreieck noch unten herausfällt, dann müsste eigentlich auch der Aufwärtstrend getestet und zumindest ein Break-Versuch stattfinden. Also das wäre nochmal ganz interessant. Auch innerhalb des Dreiecks natürlich wäre es interessant, weil wir hier eine Abwärtsbewegung haben. Sollte die natürlich nach unten verlassen werden, wäre das grundsätzlich alles negativ und eine Erholung hier würde zumindest innerhalb des Dreiecks eine Chance bieten, dass wir hier nach oben laufen können. Innerhalb von Dreiecken ist natürlich auch immer mit schnellen Richtungswechseln zu rechnen. So, dann kommen wir noch zum Goldpreis, Öl und dem Bitcoin. Also der Goldpreis hier mit einer kräftigen Gegenbewegung. Damit sich das weiter auffällt, müssen wir hier über das Hoch dieser langen roten Kerze laufen, über die 2030. Ob man das schon als Pullback bezeichnet? Das Dreieck ist sowieso nicht so aussagekräftig, weil es auch relativ kurz ist. Wir haben ja auch keine idealtypische Form, aber egal. Wir haben also hier so ein bisschen Ausbruch. Unterstützung ist wieder gekauft worden. Und sollten wir in das Dreieck und über die 2030 zurückkehren, also hier auch in den Stundenkerzen hier im Prinzip in das Dreieck zurückkehren, über die 2030 ansteigen, hätten wir hier eine Erholungschance. Und negativ wäre es wieder, wenn wir in den Abwärtstrend wieder zurückkehren und diesen Erholungstrend noch unten verlassen. Also im Moment, ja, Erholungschance durchaus noch gegeben, weil wir hier aus dem Abwärtstrend noch umgelaufen sind. Wir müssen aber weiter über die 2030, damit sich das weiter auffällt. Aber heute dürften da eher die Impulse fehlen. Und dann schauen wir natürlich noch auf den Ölpreis. Und die Ölpreise zeigen sich stabil am Widerstand. Und das ist eigentlich eher ein Anzeichen dafür, dass der Ölpreis hier nach oben durchstarten kann. Zumal wir ja jetzt auch mit den jüngsten Tiefs, die ansteigend sind. Also hier haben wir ein Tief, da haben wir ein Tief, da haben wir nochmal ein Tief. Auch hier dieses Tief liegt etwas höher. Das heißt, wir haben von der Tendenz eine Aufwärtstrendlinie, weil wir hier auch dann neue Tops haben. Oder dieses jüngste Top hier marginal überschritten wurde. Also trübt sich die Lage hier erst ein, wenn wir unter die Mitte der grünen Kerze fallen, unter den Aufwärtstrend. Und natürlich das Ziel wäre jetzt erstmal die Oberkante des Aufwärtstrendkanals. Aber wir haben dann auch noch den Kontraktwechsel. Der zerschießt uns dann wieder so ein bisschen den Chart. Aber grundsätzlich halt doch die Chance auf eine Aufwärtsbewegung. Und zu guter Letzt kommen wir noch zum Bitcoin. Und dann schauen wir uns vielleicht noch die Rheinmetall-Aktie an. Also Bitcoin, wir sehen Dreieck, Suchedreiecke mit langen grünen Kerzen nach oben verlassen. Das ist in der Regel positiv. Aufwärtstrend, Konsolidierung, Unterstützung ist hier nur knapp getestet worden. Wir laufen seitdem wieder aufwärts. Auch hier natürlich durchaus warten jetzt aufs Notenbankprotokoll, auf die weitere Entwicklung. Aber grundsätzlich auch von den Wochenkerzen die Chance, doch deutlich wieder nach oben anzusteigen. So, dann noch ein kurzer Blick auf die Rheinmetall-Aktie. Und da sehen wir im sehr, sehr langfristigen Bild, nämlich von den Monatskerzen genau, dass wir da also durchaus hier weiter nach oben ansteigen können. Wir sehen hier grundsätzlich eine sehr, sehr bullische Marktstimmung. Und wenn wir uns jetzt hier nochmal auf die Tageskerzen zu bewegen, also ein Kursziel haben wir hier ja gehabt, nämlich die Kreuzung sozusagen der oberen Rückkehrlinie eines kurzfristigen Trends in Verbindung mit der Kursziellinie hier in dem Bereich. So, und wenn man da mal Teilgewinne mitgenommen hat, ist das okay. Ansonsten würde ich natürlich Gewinne laufen lassen. Auch heute haben wir jetzt die 400 sogar erreicht. Da ist natürlich, der Wert ist sehr, sehr gut gelaufen. Aber grundsätzlich kann man sagen, da ist eine sehr, sehr stark bullische Stimmung. Wir haben heute einen Gap nach oben gerissen, was so ein bisschen wieder zurückkommt. Da kaufen jetzt eventuell diejenigen, die diesen rasenden Eilzug hier ein bisschen verpasst haben. Aber ja, Unterstützung oder Rücksetzer kann man hier mehr oder weniger versuchen, weiter aufzufangen. So, dann kommen wir nochmal zurück zum Deutschen Aktienindex an der Kasse. Und ja gut, also wir haben jetzt hier so eine kleine Erholung, die kommt wieder ein bisschen zurück. Also keine große Änderung. Wir haben hier die Unterstützung. Hier haben wir Widerstand. Sollten wir also im Tagesverlauf nochmal eine kleine Erholung starten. Dann sollte man da nicht zu viel erwarten. Also spätestens hier in dem Bereich kann man dann auch mal Teilgewinne mitnehmen. Sollten wir hier einen Fall unter diese Unterstützung, also auch unter die 1750 bekommen, dann könnte man auch durchaus mal davon ausgehen, dass wir hier nochmal ein paar Punkte verlieren, aber dann schon hier in dem Bereich die nächste Unterstützungszone vorliegt. So, meine Damen und Herren, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg in dieser Woche. Und wir hören uns am Mittwoch wieder um 9 Uhr und ich hoffe dann ohne YouTube-Abbruch. Bis dahin viel Erfolg, Ihr Stefan Salomon.